Ein wichtiges Thema ist das Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Da geht es um drei Milliarden Euro, die da investiert werden sollen in die Modernisierung, in die Digitalisierung von Krankenhäusern. Und nochmal 100 Millionen Euro sollen zur Verfügung gestellt werden als Prämien für diejenigen, die vor allem im Frühjahr und im Frühsommer in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen große Leistungen vollbracht haben. Rednerin im Bundesrat zu diesem Thema ist Katharina Fegebank. Das ist die zweite Bürgermeisterin. Den ersten Bürgermeister haben wir nachher auch noch. Die zweite Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg. Und sie kommt von den Bündnisgrünen. Das vorliegende Krankenhaus-Zukunftsgesetz, das beinhaltet in der Tat viele gute, viele richtige Ansätze, die das Gesundheitssystem, die unsere Krankenhäuser weiter stärken werden, die ja wirklich einen außerordentlich wichtigen Beitrag in diesen Wochen und Monaten in der Pandemiebekämpfung leisten. Dennoch freue ich mich, dass ich hier nochmal ein neues Schlaglicht oder ein anderes Schlaglicht legen kann und darf, nämlich auf die Rolle von Universitätskliniken in dieser Zeit. Denn sie leisten in der Tat einen entscheidenden Beitrag für eine hochwertige und leistungsfähige medizinische Versorgung in Deutschland. Und ich denke jetzt gerade in Zeiten von Covid-19 und der Pandemie haben sie gezeigt, dass sie eine ganz, ganz entscheidende Säule sind, die dazu beigetragen hat, die Krise bisher hier in Deutschland ganz gut zu managen. Und diese zentrale Bedeutung, die liegt zum einen an einem einzigartigen Umfeld, das die Uniklinika auszeichnet. Sie bieten medizinische Leistungen eines Maximalversorgers und zusätzlich die Anbindung an die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse und natürlich den direkten Zugriff darauf. Auf der anderen Seite behandeln Uniklinika die Schwerstkranken, sind spezialisiert bei seltenen Erkrankungen. Sie koordinieren regionale Versorgungsnetzwerke und entwickeln in der Forschung neue Behandlungsstrategien und Arzneimittel. In der letzten Woche konnten wir an unserem Uniklinikum in Eppendorf sehen, mit welcher Geschwindigkeit klinische Praxis und Wissenschaft sich vernetzen und neue Forschungsergebnisse hervorbringen. Mit dem Start der ersten klinischen Studio gemeinsam mit München und Marburg. In der zweiten Phase wird dann Tübingen dabei sein, mit Blick auf einen Impfstoff. Und dieses enge Zusammenspiel auf hochspezialisierten Versorgungsalltag und wissenschaftliche Expertise gebündelt an einem Ort, das zeichnet unsere Universitätsklinika aus. Und in der Pandemie sind wir mehr denn je auf exzellente Forschung angewiesen, um das Virus dauerhaft in den Griff zu bekommen. Ich glaube, bis hier sind sich alle einig und haben wir einen Konsens. Doch die finanzielle Situation der Uniklinika hat sich in den vergangenen Jahren erheblich verschlechtert. Und diese Entwicklung darf und kann sich so nicht fortsetzen. Vor diesem Hintergrund finden wir richtig und begrüßen wir den vorliegenden Gesetzesentwurf und die Tatsache, dass auch für Universitätsklinika Mittel für wichtige Investitionen in Digitalisierung, IT-Sicherheit und moderne Notfallmedizin vorgesehen sind. Doch wenn wir uns die Haushaltslage unserer Uniklinika ansehen, dann ist auch klar, auch mit diesen Fördermitteln wird es kaum möglich sein, alle notwendigen Investitionen in digitale Dienste in dieser Geschwindigkeit, wie sie vorgesehen ist, umzusetzen. Das gilt auch für die Abschlagsregelung, wenn sie denn greifen soll ab 2025 und stellt deshalb eine Bedrohung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unserer Universitätsklinika dar und bedarf unserer Auffassung einer Anpassung. Und das ist nicht eine Nord-Süd- oder Ost-West-Frage. Das ist in der Tat eine Entwicklung, die wir aller Orten bei allen Universitätskliniken in dieser Zeit erleben. Die Pandemie hat alle Krankenhäuser im Land stark belastet, insbesondere die Maximalversorger und Universitätsklinika. Und deshalb war es richtig, dass es Ausgleichszahlungen für Erlösausfälle gab. Diese sind jetzt zum 30. September ausgelaufen. Und ich kann Ihnen versichern, und das teilen sicherlich hier auch die anwesenden Wissenschaftsministerinnen, Minister, Gesundheitsministerinnen, Gesundheitsminister und auch die Ministerpräsidenten und Tinnen, die Liquiditätsengpässe, die bestehen weiterhin. Und im vorliegenden Gesetzentwurf ist nun festgelegt, dass die Erlösausfälle künftig über einen Ausgleichssatz kompensiert werden, der auf Verwaltungsebene ausgehandelt wird. Doch wir wissen sehr genau, dass das ein sehr langwieriger und sehr komplizierter Prozess ist, der in der Vergangenheit den Unikliniken immer viel versprochen hat und viel Hoffnung gemacht hat. Ich sage nur das Stichwort Krankenhausstrukturgesetz. Und am Ende war das denn nicht das Erhoffte. Und wir sehen hier, dass für Maximalversorger und Unikliniker das bedeutet, kommt keine rechtzeitige Einigung zustande, drohen weitere Einbußen. Das gepaart mit der ohnehin schwierigen und herausfordernden Situation bedeuteten echten Tiefschlag für die Unikliniker. Bereits jetzt können Unikliniker nur mit enormer Anstrengung und zusätzlicher Belastung der Landeshaushalte sich über Wasser halten. Und deshalb wird es so wichtig, die Ende September ausgelaufenen Ausgleichszahlungen so lange fortzusetzen, bis hier eine Einigung erzielt wird, damit Maximalversorger und Unikliniker weiter handlungsfähig sind. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, was das alles umfasst. Neben der Spitzenmedizin und Spitzenforschung auch eine zentrale Säule des Ausbildungssystems, ob in Humanmedizin, Zahnmedizin, Pflegeberufe, Physiotherapie, Hebammenmedizinische Angestellte. Wie viele von Ihnen durchlaufen, mindestens einen Teil Ihrer Ausbildung an einem Uniklinikum. Die Bewältigung aktueller Herausforderungen durch medizinische Exzellenz und Spitzenforschung und die Stärkung des Gesundheitswesens durch hervorragende Ausbildung, das ist uns Ländern viel wert, wird uns künftig viel wert sein und sollte auch dem Bundesgesundheitsministerium noch mehr wert sein in Zukunft. Vielen Dank.